Pietro Lombardi hat den Schritt zurück in die Öffentlichkeit gewagt. Bei seinem ersten Auftritt sprach er den Skandal um ihn und Laura Maria Röpper offen an. Für Pietro Lombardi Fähns ist die Welt seit dem 7. Oktober nicht mehr dieselbe. An diesem Abend soll es nämlich zu einem heftigen Zwischenfall im Haus des Sängers gekommen sein, bei dem die Mutter seiner Kinder angeblich blaue Flecken am Hals davon trug. Punkt zu den Vorwürfen der häuslichen Gewalt hatte sich Pietro bislang noch nicht persönlich geäußert, stattdessen über seinen Anwalt mitteilen lassen, die Behauptung entspreche der Unwahrheit. Punkt auch darüber hinaus war es auf Instagram still geworden. Abgesehen von zwei offenbar wohl durchdachten Statements, die auch Laura parallel auf ihrer Seite gepostet hatte, kam von dem 32-Jährigen nichts, bis jetzt. Pietro Lombardi gibt erstes Konzert seit Gewaltverwürfen, manchmal sind Zeiten hart. Zu einem Konzert in seiner Heimat Bielefeld reiste der Sänger in einem orangefarbenen Audi an, stieg mit Hoodie, Mütze und Sonnenbrille aus dem Wagen. Punkt das Versteckspiel hatte allerdings ein Ende, als er die Bühne des Logschuppens betrat und in Rekordgeschwindigkeit auf die aktuelle Lage zu sprechen kam, was geht ab Bielefeld? Vielen Dank, dass ihr alle da seid, es ist schön euch zu sehen, zitiert die Bild seine Begrüßung. Und weiter, manchmal sind Zeiten hart, aber eine Sache, da kann ich euch beruhigen, Laura und ich waren nie getrennt, sind nie getrennt. Punkt erst Ende letzter Woche hatte es Berichte gegeben, Laura Maria Rüpper habe den Vater ihrer beiden Kinder, auf Anraten ihrer Eltern, verlassen. Punkt das hatte die 28-Jährige am Freitag aber via Instagram dementiert und dazu ein gemeinsames Foto mit Pietro Lombardi gepostet. Punkt ob es wirklich zur ganz großen Versöhnung kam oder ob das Paar aktuell Schadensbegrenzung in Bezug auf Lombardis Karriere betreibt, ist unklar. Punkt für seine Situation sieht er jedenfalls die Presse und alle seine Kritiker als mitverantwortlich, und wir werden uns auch nicht für solche Pappnasen wie euch trennen. Punkt Pietro Lombardi spricht Situation um Laura Maria Rüpper erstmals öffentlich an Punkt er sei sehr aufgeregt, so Pietro weiter. Dann spulte er sein Bühnenprogramm ab, berformte Songs wie es tut schon wieder weh. Punkt später kam er noch einmal auf das Thema zurück, es gibt im Leben Momente, die nicht so schön sind, aber die gehören auch dazu und durch diese Zeit muss man durch. Punkt dort es in diesem Fall möglich ist, unbeschadet durch die unschönen Zeiten hindurch zu navigieren und danach einfach weiterzumachen, wie zuvor, wird sich zeigen müssen. Punkt hier.